Hallo Freunde, heute sind wir hier bei Herr der Ringe und wollen zusammen ein Spiel spielen. Ja, wie ist dieses, da gibt es doch so einen Film, da heißt es auch, ich will ein Spiel mit dir spielen. Und das habe ich jetzt vor mit dem Coinchecker zusammen. Sag doch mal Hallo. Hallöchen. Ja, wir stehen hier auf dem Spielfeld und warten darauf, dass es losgeht. Es fehlt noch ein blauer Spieler. Man sieht hier ist ein blauer Stab oder Stecken, wie immer man das auch nennen mag. Und mit dem muss man dann ein Huhn in das gegnerische Tor befördern. Och du meine Tröcke. Ja, ich habe ja schon einmal gespielt, also ich habe einen kleinen Vorteil. Man sieht es auch an meinem Titel. Tork Drachenfels, Hühnerjäger. Jetzt kommt ein Spieler und schnappt sich den letzten blauen Stecken. Wow. Und jetzt geht es auch schon los. Das Spielhuhn ist auf dem Feld und da ist es. Der kennt sich aus, der kennt sich aus. Achso, ich muss das erstmal visieren. Das ist das Problem. Nein, 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 nein. Und schon führt blau 1-0. Ich bin übrigens rot. Das sieht man auch am Cape. Genau. Meine Spieler stehen da nur rum. Die wollen nur leveln, weil... Das gibt es doch gar nicht. Ich bin der Einzige, der von meinem Team spielt. Und ich kriege es nicht gebacken. Gemein, gemein. Ja, seht ihr das hier? Wie die Leute hier einfach nur rumstehen. Scheiße. Man kriegt übrigens den Titel auch, wenn man verliert. Auch, wenn man verliert? Ja. Deswegen habe ich auch den ersten Titel Hühnerjäger bekommen. Obwohl ich mit ganz vielen Toren verloren habe. Also das wird jetzt gleich bei mir auch hier widerstehen. Team Blau führt mit ganz vielen Toren. Gehe ich stark von aus. Weil wenn ich hier alleine spiele, dann... Ist da nämlich eine Abklingzeit von 4 Sekunden. Und außerdem treffe ich dieses blöde Huhn nicht. Nichts gegen Hühner, aber... Oh, jetzt habe ich es einmal getroffen. Man sieht, die Zeit in diesem... Hühnerhieb... Sind 4 Sekunden. Ach, ich schnapp mir einfach das nächste Huhn. Ha, das hast du davon. Ne, jetzt ist es weg. Wieso das? Ja, weil ich ein Tor erzieht habe. Ach, dann ist einfach mein zweites Huhn weg? Der 2 Hühner. Wie krass. Ah, jetzt, jetzt, siehst du, jetzt, siehst du. Jetzt machen die anderen Spieler mit. Meine anderen Spieler machen mit. Ja, jetzt, wo das Spiel gelaufen ist. Oh, 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 den kriegst du gar nicht rein. Gitte. Ach, scheiße. Bisschen zurückziehen. Genau. Überall mit dem. So. Also, es macht uns schon so ein bisschen Spaß daran. Ja, es ist, äh, Hühnerfußball, kann man es nennen. Oh. Haben wir jetzt ein Tor erzieht? Ja, Blau führt mal wieder mit 5 Toren, steht da. So. Der Coinchecker ist live im Video und, äh, spielt das das erste Mal und gewinnt hier Haus hoch. Und der Tork, der Hühnerdieb, äh, ne, Hühnerjäger, mit Erfahrung, verliert hier. Das ist ja voll gemein. Jetzt spielen nur wir und die gucken zu. Die denken, wir sind von der gleichen Sippe. Der kriegt es einfach nicht gebacken. Jeder hat hier so seinen eigenen Hieb. Ich nehm einfach das andere. Ne, wo ist das andere hin? Oh, 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 oh. Schön, schön, schön. Oh. Was war denn das jetzt? Höh. Oh, weg, hau den weg. Oh, Manometer. So, jetzt. Ausnutzen. Was ist jetzt los? Irgendwie geht's nicht. Ah, das ist nicht mehr getaggt. Nein, ich wollte eben gerade draufdrücken. Da hat er schon wieder... Das gibt's doch nicht. Oh, nein, noch nicht. Nein, wir werden letztes los. Yes. Applaus. Man sieht hier oben das Feuerwerk, was du da entfacht hast. Wie schön das Feuerwerk hier abgeht, weil du ein Tor geschossen hast. Deswegen sind die Feuerwerkskörper auch blau. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen um das Huhn kümmern, als wir das Feuerwerk anzugucken. Das ist aber schon völlig gemein, dass wir, dass ich jetzt führe, oder? Und die anderen Spieler jetzt nicht gerade so aktiv in dem Spiel drin sind. Ja, ist ja egal. Man kriegt den Titel ja eh. Komm, ich überlasse den, komm. Das ist so gemein. Ich bin schlechter, ich bin schlechter Gewinner. Komm, hau ihn rein. Komm, hau ihn rein. Guck mal, ich krieg den gar nicht da rüber. Das geht gar nicht. Das ist irgendwie, äh... Ich bin so... So ein Noob in dem Game hier. Guck mal, jetzt hab ich ihn einmal getroffen. Da drüben ist noch ein Huhn. Machst du jetzt extra absichtlich ein Eigentor? Ja. Ich fass es nicht. So als Anstandstor. Rot hat ein Tor erzielt. Blau führt mit fünf Toren. Jetzt hab ich zehn Millionen mal Tor hintereinander gesagt. Egal. Oh, noch vier Minuten. Immer noch vier Minuten? Wo steht das? Ja, das ist gerade eingeblendet, jetzt wieder ausgeblendet. Was, äh, hatten das mit dem schwarzen Huhn auf sich? Ja, da steht eine lange Bombe und das Huhn ist aus dem Hühnerstall geflogen. Das ist ein mächtiger Hühnerheb. Das ist ein kräftiger Schuss. Das liegt ja auch ein bisschen weiter als der normale Schuss. Okay. Das ist ja der Hammer, wie du hier abgehst. Da ist wieder das Feuerwerk. Man sieht es. Das ist zum ersten Mal. Und ich bock schon ab hier. Du bist talentiert. Du könntest echt hier zum Hühner-Champion werden. Ja, aber immer, wenn ich, wenn ich viel, also viel Übung, viel Technik, dann wird es schon klappen. Ist nur schade, dass die anderen Spieler nicht mitspielen. Ja. Die stehen einfach nur da und wollen den Titel wahrscheinlich haben. Ja. Weil wenn du mehrmals spielst, dann kannst du auch Oberliga und so weiter werden. Ja. Da stehen die dann einfach hier rum und kassieren dann ihre Spiel-Dings ab. Spielzeit. Ey, du musst mal kurz schnell aufs Klo gehen. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich mach so lange ein Tor. Ja. Wenn ich es schaffe, auch ohne dich. Genau. So. Rot hat ein Ton erzählt. Yippie, yi, yi. Ich freue mich da. Man sieht es hier, wie das Feuerwerk abgeht. Diesmal rot das Feuerwerk, logischerweise, weil Team Rot ein Tor, ich sag schon, geschossen hat. Ist ja ganz falsch. Gehebt hat, gehypt hat. Auf jeden Fall mach ich jetzt mal Schluss, weil ich seh, die Größe des Films ist schon wieder zu lang geworden. Und, äh, deswegen sag ich jetzt mal Tschüss, liebe Leute. Ihr habt's gesehen. Ich zeig mich nochmal von vorne. Wie geht das? So. Mit einem roten Umhang. Den roten Umhang kann man leider nicht behalten. Ähm. Ja. Kann man hier auf dem Pferd aufsetzen. Man kann mitten im Spiel aufs Pferd aufsetzen. Das ist natürlich auch klasse. Dann renne ich mal kurz hier ein bisschen rum. So, dann habt ihr gesehen, wie das Ganze funktioniert. Man kann auch raus und rein zoomen. Und das Ganze nennt sich übrigens, äh, jetzt spielt irgendeiner. Wer spielt da? Oh, ein roter Spieler ist aufgewacht. Und Tor erzielt. Jawohl, ein roter Spieler von mir, ein Teammitglied, ist aufgewacht und hat ein Hub-Nang... Wie heißt das Wort? Spielhuhn? Hub-Nang-Jans. So, so ähnlich müsste das heißen. Jetzt beeilen wir uns. Aufkommen. Auf geht's. Jetzt sind sie alle aufgewacht. Die ganzen roten. Abgeschlossen. Ein Runde. Hub-Nang-Jans. Fliegende. Irgendwas. Rot füllt mit einem Tor. Und ist fertig. Rot hat gewonnen. Gerade noch zum Schluss. Weil meine Spieler aufgewacht sind. Da ist das, äh, neue Huhn. Jetzt kann ich das auch nochmal genau lesen. Hub-Nang-Gan-Huhn. Es gibt hier auch Titel. Man sieht die hier. Ich hatte ja vorher schon den Titel Torc Drachenfels. Also Drachenfels ist mein Nachname. Torc mein Vorname. Und Hühnerjäger ist der Titel. Und hab jetzt einen dazu bekommen. Und deswegen ist hier ein rotes Eckchen. Und das ist hier Held der fliegenden... Ich aktiviere das einfach mal. Held der fliegenden Federn. Aufgrund gewonnener Hub-Nang-Gans-Spiele als Mitglied der fliegenden Federn. Ja. Sehr gut. Das war ein Event in Herr der Ringe. Und, äh... Ich sag mal tschüss. Bis bald. Und ich hau raus. Tschaui.